Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute ein, ich würde mal sagen, sehr generelles, allgemeines Thema und zwar Rechnungen schreiben. Ich habe erst gedacht, naja, das ist ein relativ allgemeines Thema. Der Wunsch wurde so an mich herangetragen und dann habe ich mich vorbereitet und dachte so, da gibt es denn doch noch relativ viel. Natürlich weiß jeder, was eine Rechnung ist. Natürlich weiß auch wahrscheinlich jeder von euch, wie so eine Rechnung aussieht und so weiter. Das ist jetzt wahrscheinlich alles nicht so wahnsinnig neu, aber wenn man mal ins Detail geht, muss ich ehrlicherweise sagen, gibt es denn da doch schon einige Herausforderungen. Und einfach mal so um die Basics zu besprechen, sind wir heute hier und haben uns versammelt. Das heißt, ich habe natürlich ein paar Slides vorbereitet, die gucken wir uns gemeinsam an. Erste Frage, wie kann man bei uns, also bei Contest-Rechnungs-Invoicing-Funktionen das Leistungsdatum eingeben? Ich weiß selber, es ist ein Schmerz, den ich selber spüre, dass man das nicht als vorgegebenes Feld eintragen kann. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Leistung du machst. Ich empfehle tatsächlich, wenn du eine wiederkehrende Leistung machst, habe ich früher gemacht, als ich selbstständig war, bevor ich bei der Contest-Steuerberatung angefangen habe, hatte ich so Monatsverträge und da habe ich halt Beratung Januar 2023 als Produktbezeichnung reingenommen und damit steht ja Januar 2023. Damit ist der Leistungszeitraum quasi erfasst, dass das drinstehen muss, was sind die Voraussetzungen und so weiter, da kommen wir gleich noch dazu. Aber so würde ich es machen, du musst es tatsächlich aktuell irgendwie in die Produktbezeichnung irgendwie mit reinschreiben oder aber in den weiteren Text. Du kannst auch standardmäßig einfach in der Bemerkung in Rechnung, das könnt ihr alle natürlich überall machen, das ist nicht nur bei Contest, ihr könnt auch einfach sagen, Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum oder noch besser, das trifft es meistens auch eher, ist Leistungsmonat entspricht Rechnungsmonat und damit hast du es pauschal immer quasi erschlagen, diese Anforderung, das Leistungsdatum dasteht. Wann kann ich denn endlich Briefköpfe bzw. ein eigenes Layout hochladen? Ich weiß, dass das Contest Rechnungsstellungsinterface jetzt nicht so richtig advanced und fortschrittlich ist, war auch nie so gedacht, das war so die super Lite-Version. Ich habe heute ein Video hochgeladen, ein Review zu Cervant. Vielleicht sind auch einige Cervant-Kunden da, vielleicht würdet ihr vielleicht in den Chat schreiben, wenn ihr das Tool schon nutzt. Wenn nicht, schau da mal vorbei. Die eine oder andere haben das tatsächlich vielleicht mitbekommen, Contest gehört seit einem halben Jahr tatsächlich zu Ageras und Ageras besteht aus ganz vielen Unternehmen, zum Beispiel aus Cervant. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, dass das Contest-Rechnungsfunktion irgendwann krass weiterentwickelt wird, aber wir sind gerade dabei am Schauen, wann was integriert wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann die komplette Cervant-Rechnungsinterface und Funktionalität auch in Contest nutzen kannst, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Ich kann dir noch nicht genau sagen, wann das soweit ist, aber ich weiß, dass das so die grundsätzliche Marschrichtung, Ausrichtung ist. Und dann hast du quasi in Contest, mit Contest auch einfach eine vollständige Rechnungsfunktionalität. Ich würde sagen, ich springe auf meiner Präsentation. Heute geht es um Rechnungsstellung like a Pro. Ehrlicherweise ist es der spannendste Titel, den ich zu so einem wahnsinnig langweiligen Thema finden konnte. Vermeide Ärger mit deinen Kunden und dem Finanzamt. Und zwar mit deinen Kunden für deine ausgehende Rechnung und dem Finanzamt für deine eingehende Rechnung. Das heißt, entscheidend sind vor allen Dingen, also für dich meistens, die entscheidend wichtigeren Rechnungen sind nicht die, die du schreibst. Die sind für deine Kunden wichtig, sondern für dich, für deine Buchhaltung. Viel entscheidender sind die Rechnungen, die du bekommst, weil, komme ich gleich dazu, aber da ist halt drin geregelt, ob du quasi Umsatzsteuer, also Umsatzsteuer, Geld machen kannst oder nicht. Deswegen ist tatsächlich fürs Finanzamt und für deine eigene Tasche tatsächlich meistens die eingehenden Rechnungen die kritischeren. Edward schreibt, kann ich, wenn ich einen Kunden eine Rechnung gestellt habe und diese noch nicht bezahlt ist, obwohl er per WhatsApp schriftlich bestätigt ist, diese zu begleichen, juristisch gegen vorgehen? Also grundsätzlich, es kommt ein bisschen darauf an, es ist ja vollkommen egal, ob es dir bestätigt hat oder versprochen hat, das zu begleichen. Deine Rechnung wird ja ein Zahlungsdatum haben. Also keine Ahnung, wenn ich am 1. Januar eine Rechnung geschrieben habe, da steht drauf, 14 Tage Zahlungsziel, dann ist ja am 15. Januar die Frist ausgelaufen und dann ist er zu spät. Und dann kann ich eine Zahlungserinnerung und Mahnung und so weiter da hinterher schicken. Und wenn er dann nicht reagiert, ich glaube, also das kann ich dir auch nicht 100% sagen, da steht immer gesetzlich angemessene Frist und so weiter. Also wenn du ganz normal so diese Abfolge von, du schreibst eine Rechnung, Frist ist ausgelaufen, Zahlungserinnerung, Mahnung und so weiter, wenn du das einhältst, dann kannst du natürlich auch rechtlich gegen ihn vorgehen. Wichtiger Hinweis auch, auch das hat jetzt nichts groß mit der Steuer zu tun, sondern einfach nur, weil ich viele Jahre selber selbstständig war. Du kannst natürlich grundsätzlich für sowas auch ein Inkassobüro oder Rechtsanwälte beauftragen, die das Geld eintreiben, tatsächlich das gerichtliche Mahnverfahren relativ günstig. Und dann kriegt die Person tatsächlich direkt vom Gericht Post. Das ist zum Teil erheblich günstiger als Inkassoverfahren. Nur so als Hinweis, dass du dich vielleicht da erst mal schlau googelst, ob das vielleicht das gerichtliche Mahnverfahren wirklich ist. Aber du kannst auch, wenn er dir sagt, ja, ich zahle morgen oder ich habe ja gestern schon bezahlt. Wenn du das Geld nicht hast, dann ist er noch nicht beglichen. Das Cervant-Tool. Cervant-Tool-Integration in Contest klingt vielversprechend. Bisher habe ich meine Rechnung immer mit LexOffice erstellt. Genau. LexOffice ist halt so ein, kannst du sehen, wenn du das Tool, kannst du dir mal angucken, wie sieht das Ganze aus. Ich kann von LexOffice auch nicht abraten. LexOffice ist ein geiles Tool. Ehrlicherweise, meine Frau nutzt es selber als selbstständig. Ich habe das, bevor ich konnte, selbstständig war, auch genutzt, weil ich halt ein Buchhaltungsprogramm brauchte. Aber das Coole an Cervant ist, das kannst du tatsächlich auch kostenlos testen. Also es hat auch komplette Funktionalitäten mit Rechnung schreiben und so. Ich glaube, bis zu fünf Kunden kannst du anlegen und dann kannst du es auch kostenlos nutzen. Da ist kein Wasserzeichen oder so wie bei anderen Lösungen, bei Free-Lösungen. Dabei kann sich tatsächlich anmelden und das auch erstmal komplett kostenlos verwenden. Fangen wir vorne an. Und zwar, warum sind Rechnungen eigentlich so wichtig? Und trivial würde ich sagen, naja, ohne Rechnung bekommt ihr eure Kohle nicht. Und das stimmt natürlich auch. Das heißt natürlich, damit ihr einfach bezahlt werdet, müsst ihr natürlich Rechnung schreiben, da erzähle ich euch nichts Neues. Aber tatsächlich, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, warum ist eigentlich eine richtige Rechnung so wichtig? Und das liegt an der Umsatzsteuer. Und das ist relativ eine wichtige Information, weil ihr bekommt steuerlich, buchhalterisch, immer nur mit der Umsatzsteuer Probleme, wenn da eine falsche Rechnung im Umlauf ist. Das heißt, wenn ich immer sage, oh, das muss da draufstehen oder das ist das, dann reden wir immer über die Umsatzsteuer. Nicht über die Einkommenssteuer und auch nicht über die Gewerbesteuer. Ihr könnt, auch wenn ihr eine vollkommen vermurkste Rechnung habt, diese Kosten trotzdem in eurer Buchhaltung erfassen. Nur halt ohne Umsatzsteuer. Und das passiert tatsächlich relativ häufig, weil gerade irgendwelche Softwarelösungen, Tools und so weiter, wo irgendein Entwickler in Timbuktu in seinem Keller sitzt und eine Softwarelösung, Analyselösung, Taskmanagement-Tool baut und dann ihr bucht das, dann kriegt ihr meistens nicht viel mehr außer so eine Paypal-Quittung oder Stripe oder so. Ihr kriegt einfach keine richtige Rechnung. Und da ist die erste häufige Frage, die sich viele Leute stellen, kann ich das dann eigentlich absetzen, wenn ich keine richtige Rechnung habe? Und ihr habt dann auch ehrlicherweise keine Chance, eine ordnungsgemäße Rechnung zu bekommen, weil dieses Unternehmen wird euch einfach nie antworten und sich nie die Arbeit machen, euch eine richtige Rechnung zu schicken. Deswegen, da ist das Problem immer nur die Umsatzsteuer. Und wenn ihr keine richtige Rechnung habt, dann kriegt ihr halt einfach keine Umsatzsteuer in eurer Umsatzsteuer Vormeldung wieder. Ihr könnt die Kosten aber trotzdem absetzen, weil ihr habt ja trotzdem irgendeine Art von Beleg und ihr habt ja trotzdem eine Transaktion. Und wenn das zum Unternehmen gehört, könnt ihr das trotzdem als Betriebsausgabe buchen, aber halt nur ohne Umsatzsteuer. Das ist relativ wichtig, lasst euch da nicht verwirren. That's it. Aus den USA kommen ständig solche Rechnungen. Ja genau, das ist genau das Problem. Du kriegst bei zig Online-Tools ständig irgendeine Müllrechnung. Ist aber nicht so schlimm, könnt ihr einbuchen, halt einfach ohne Umsatzsteuer. Ist tatsächlich auch nicht so schlimm, weil selbst eine ordnungsgemäße Rechnung aus den USA wäre ohne Umsatzsteuer. Das heißt, ihr würdet im Zweifel sowieso keine Vorsteuer gelten machen können. Und gerade weil das so ist, sind für euch tatsächlich im Alltag eure eingehenden Rechnungen wichtiger als die eigenen. Natürlich die Rechnungen, die ihr an den Kunden verschickt, die braucht ihr, damit irgendwie Geld reinkommt. Aber ihr werdet rechtlich mit dem Finanzamt nie Probleme... Ja, nee, eigentlich werdet ihr nie Probleme bekommen mit den Rechnungen, die ihr verschickt. Ihr bekommt vielleicht Probleme mit eurem Kunden, weil der euch nicht bezahlen will. Oder vielleicht kriegt auch der Kunde Probleme, wenn ihr eine falsche Rechnung verschickt, weil der in seiner Buchhaltung die Kosten nicht vernünftig Geld machen kann oder sich die Umsatzsteuer wiederholen kann. Aber ihr bekommt mit den Finanzern mit euren eigenen Rechnungen in der Regel keine Probleme. Außer, kommen wir nachher dazu, es gibt so ein paar Fehler, die du machen kannst, da gibt es dann auch Stress mit dem Finanzamt. Aber die größeren Probleme hast du tatsächlich mit dem Rechnungseingang. Das heißt immer, wenn du was von der Steuer absetzen möchtest, da guckt das Finanzamt natürlich eher drauf. Und auch ganz wichtig, Rechnungen müssen nicht immer Rechnungen heißen. Das ist vielleicht, klingt das erstmal trivial, aber ein Rechnungsdokument ist jedes Dokument, das Gesetz sagt es irgendwann, vielleicht kann ich das einfach, vielleicht lese ich es mal kurz vor. Im Gesetz, Paragraph 14 Umsatzsteuergesetz, steht, Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder eine sonstige Leistung abgerechnet wird. Gleichgültig wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Und das ist relativ wichtig zu wissen. Denn es kann durchaus sein, dass ihr einen Vertrag habt und wenn in dem Vertrag alles drinsteht, was so in der Rechnung drinstehen muss, dann ist das eure Rechnung. Es kann sein, dass ihr eine Quittung bekommt und wenn in der Quittung alles drinsteht, was in so einer Rechnung drinstehen soll, dann ist diese Quittung eine Rechnung. Wenn ihr einen Kassenbon bekommt und auf diesem Kassenbon steht alles drauf, was auf so einer Rechnung steht, dann ist dieser Kassenbon eine Rechnung. Oder aber ihr ändert das um und der Leistungsempfänger stellt euch eine Gutschrift aus. Dann gilt diese Gutschrift auch als Rechnung. Das heißt, eine Rechnung muss bei Weitem nicht immer Rechnung heißen. Eine Rechnung ist per Definition eigentlich nur dieses Art, dieses Dokument oder manchmal sind es auch mehrere Dokumente, auf denen quasi alles Wichtige steht. Und wichtig ist, dass halt auch alles Wichtige drauf steht. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, weil ich sehe es auch ganz häufig, dass irgendwelche Rechnungen angefragt werden, obwohl ein vollkommen ausreichender Kassenbon zum Beispiel da ist. Wichtig, habe ich gesagt, ihr könnt die Kosten auch trotzdem absetzen, auch ohne Vorsteuerabzug, also ohne, dass ihr die Umsatzsteuer geltend macht, könnt ihr einfach die Rechnung machen. Selbst wenn ihr eine falsche Rechnung bekommt und da ist eine falsche Umsatzsteuerausweis, was auch viele Online-Tools machen, ist, dass sie halt die Landesumsatzsteuerausweisen, keine Ahnung, ich kriege eine Rechnung aus Finnland mit finnischer Umsatzsteuer, die finnische Umsatzsteuer, die darf ich nicht in Deutschland gelten machen, um mir vom deutschen Finanzamt wiederholen. Ist auch relativ logisch, ehrlicherweise. Wenn da das Unternehmen in Finnland Umsatzsteuer abführt, warum sollte das deutsche Finanzamt die finnische Umsatzsteuer, die der finnische Staat bekommen hat, wiedergeben? Wäre ja also aus der Logik des deutschen Staates vollkommen unlogisch, dir Geld zu geben, was Finnland eingenommen hat. Also du darfst keine ausländische Umsatzsteuer im Rahmen deiner Umsatzsteuervoranmeldung gelten machen. Du kannst dir das tatsächlich aus Finnland wiederholen. Das ganze Verfahren heißt Vorsteuervergütungsverfahren. Da haben wir auch schon mal ein Video zu aufgenommen auf diesem Kanal. Wenn euch das wirklich interessiert, schaut euch das an. Ist relativ aufwendig, das heißt, das müssen schon höhere Beträge sein. Das lohnt sich jetzt nicht für 20 Euro ein Taskmanagement-Tool oder irgendwie sowas. Andreas fragt, aber warum schreiben sie eine Umsatzsteuer drauf, wenn die Rechnung ins Ausland geht? Genau das ist eine sehr gute Frage, die ich dir ganz häufig nicht beantworten kann. Leute schreiben halt einfach falsche Rechnungen. Das ist leider sehr, 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 sehr viel verbreiteter, als man denkt. Es gibt so zwei Gründe. Erstens kennen sie das vielleicht das Gesetz einfach nicht, sondern weisen halt einfach irgendwas aus. Und bevor sie nichts ausweisen und im Zweifel trotzdem für die Umsatzsteuer haften, schreiben sie halt einfach eine Umsatzsteuer drauf, führen die Umsatzsteuer ab und gut ist. Wie gesagt, du kriegst für deine Ausgangsrechnung und die Tool-Hersteller kriegen für die Ausgangsrechnung weniger Stress. Dann führen sie halt Steuern ab, selbst wenn sie es hätte nicht machen müssen. Vollkommen egal. Das Problem hast ja du als Kunde. Das heißt, du kriegst eher mit dem Kundenärger, wenn deine eigenen Rechnungen falsch sind. Was ich mir jetzt gedacht habe, wir schauen uns einfach mal an, was so in dem Gesetz steht. Ich habe das letztens gemacht. Es gab so ein Plattformsteuertransparenzgesetz Anfang des Jahres und das fand ich eigentlich ganz cool. Da haben wir uns einfach das Gesetz angeschaut. Ich kann euch natürlich jetzt einfach alles, was im Gesetz steht, vorlesen. Aber ich dachte mir eigentlich, warum eigentlich nicht? Warum gucken wir uns das nicht einfach mal im Gesetz an, was dann da so darüber steht? Und dann gehen wir die einzelnen Punkte durch. Ist jetzt nicht so wahnsinnig schön visualisiert, aber ihr wisst gleich, ich würde mal sagen, handwerklich haben wir hier sauber dann gearbeitet, weil wir genau wissen, wo das im Gesetz steht und euch kann keiner mehr im echten Leben was vormachen. Das war meine Überlegung, dass wir das Ganze so machen. Ich erkläre das natürlich, was da steht. Also für die Rechnung ist § 14 Umsatzsteuergesetz das entscheidende. Der § 14 heißt Ausstellung von Rechnungen. Wichtig ist § 14 Absatz 4, weil da steht exakt drin, was auf eurer Rechnung stehen muss. Für alle Leute, die eine Phobie vor Gesetzen haben, ich verstehe euch hundertprozentig. Ich habe Steuerrecht studiert, ich habe eine Ausbildung zum Steuerfachmensch gemacht, ich habe vier Semester Jura studiert, bevor ich dachte, ne, das mache ich lieber doch nicht. Euch habe ich ein schöneres Dokument gemacht, so mit lila und so. Das findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar heißt das Checkliste Rechnungen. Das ist einfach eine Checkliste, da habe ich drauf geschrieben, was so auf einer Rechnung draufstehen muss. Das könnt ihr auch für euch nutzen, um einfach mal eure eigenen Rechnungen zu überprüfen. Aber auch für die Rechnung, die ihr bekommt, quasi so eine, ich würde mal sagen, Rechnungseingangskontrolle. Das gewinnt auch keinen Designpreis, ist aber ein bisschen schöner als hier die Internetseite. Erstens muss draufstehen, der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmens oder Unternehmers und des Leistungsempfängers. Ist auch relativ logisch, das heißt, ihr braucht zwei Rechnungen, also zwei Adressen, zwei Namen auf der Rechnung. Und zwar eure und von euren Kunden oder aber von Dienstleistungen. Ich rede jetzt immer nur von euren Rechnungen. Ich will jetzt nicht mal beides sagen. Natürlich, Rechnungen, die reingehen, müssen genauso aussehen, wie die Rechnungen rausgehen. Gut ist. Und auch hier, wichtiger Punkt, weil ich gerade gesehen habe, dass da ein, zwei Leute dazugekommen sind. Ihr könnt Kosten trotzdem absetzen, wenn die eingehende Rechnung das Ganze nicht hat. Das heißt, wenn ihr irgendwo aus den USA eine Müllrechnung bekommt, die einfach keine richtige Rechnung ist, könnt ihr Kosten trotzdem absetzen. Aber wenn es einer der Punkte nicht erfüllt sind, dann könnt ihr halt keine Umsatzsteuer, in der Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Dann müsst ihr den gesamten Bruttobetrag, könnt ihr trotzdem als Betriebskosten buchen, aber halt ohne Umsatzsteuer. Was ich noch on top dazu sagen möchte, zu Namen und Adresse von dem leistenden Unternehmen und dem Leistungsempfänger. Das sind die Adresse, also du musst die Adresse angeben, von dem du dein Unternehmen betreibst. Manchmal hat man sein Unternehmen ja nicht da angemeldet, wo man wohnt. Das heißt, ihr setzt natürlich da, wo das Unternehmen sitzt. Diese Adresse nehmt ihr. Und ein ganz wichtiger Hinweis, und da greife ich ein bisschen vor zu den häufigsten Fehlern. Wenn ihr Einzelunternehmen seid, also Freiberufler oder Gewerbetragender, und ihr nicht im Handelsregister eingetragen seid, heißt euer Unternehmen so wie ihr. Das heißt, ihr schreibt eure Namen da drauf und keinen reinen Fantasienamen. Auch wenn ich persönlich selbstständig wäre und gerne, keine Ahnung, Steuer-Video-Production heißen würde als Unternehmen, kann ich das gerne machen. Ich darf meinen Namen aber nicht weglassen. Das dürft ihr nur, wenn ihr diesen Firmenunternehmensnamen euch im Handelsregister eintragen lassen habt. Dann geht das. Wenn ihr das nicht gemacht habt, heißt euer Unternehmen immer so wie ihr. Ihr könnt euch trotzdem von den Namen ausdenken und den zusätzlich draufschreiben. Ihr dürft aber eure Namen niemals weglassen. Das heißt, ich kann irgendwie Steuer-Video-Production, Melchior Neumann, draufschreiben und dann ist das kein Problem. Wichtig ist allerdings, dass euer Name wirklich draufsteht. Das sehe ich nämlich relativ häufig, dass da Leute ganz abgefahrene kreative Namen haben. Das finde ich grundsätzlich auch cool, aber das ersetzt tatsächlich nicht euren Namen, außer ihr habt irgendeine Rechtsform. Aber als Einzelunternehmen geht das so nicht. Gilt das auch, wenn man bei dem Finanzamt einen Unternehmensnamen mitgeteilt hat in der steuerlichen Erfassung? Ja, das gilt grundsätzlich. Immer. Also der einzige Weg, sich quasi von seinem echten Namen zu befreien, ist, wenn du im Handelsregister eingetragen bist. Dann geht das. Sonst geht das nicht. Nächster Punkt, der auf jeden Fall auf Rechnung stehen sollte. Die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wir haben in Deutschland drei Steuernummern. Jeder von euch, uns, haben mindestens drei. Manchmal auch mehr. Einmal die persönliche Steueridentifikationsnummer. Die persönliche Steueridentifikationsnummer ist das, was man vom Staat zur Geburt geschenkt bekommt. Das heißt, da kommt ein paar Wochen nach Geburt, kommt dann so ein Brief und da steht dann drin, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen auf der Welt, hier ist deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Ich bin vor anderthalb Jahren Papa geworden. Das hat keine drei Wochen gedauert. Da hatte meine Tochter eine Steueridentifikationsnummer. Diese Steueridentifikationsnummer braucht ihr nicht, sondern ihr gebt die anderen beiden an. Und zwar einmal eure Steuernummer, die ihr einfach bekommen habt, nachdem ihr euch selbstständig gemacht habt. Da bekommt ihr eine Steuernummer, die für die Umsatzsteuer relevant ist. Die nutzt ihr oder die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Ich würde euch persönlich aus Erfahrung dringend empfehlen, dass ihr, wenn ihr sie habt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer nehmt und nicht eure Steuernummer. Aus welchem Grund? In der Steuernummer stehen eine ganze Menge an Informationen. Da steht zum Beispiel drin, welches Finanzamt für euch zuständig ist. Und ehrlicherweise, und das wird immer schwieriger, je digitaler die Kommunikation mit dem Finanzamt ist, aber wenn da irgendjemand relativ smart ist, auch im Fragen ist und der kann tatsächlich mit der Steuernummer, die Steuernummer ist sowas wie ein Aktenzeichen im Finanzamt, der kann tatsächlich unter Umständen Informationen über euch herausfinden. Adresse? Wie viele Steuern ihr vorauszahlt? Kann unter Umständen vielleicht etwas ändern beim Finanzamt? Das darf eigentlich nicht sein, das darf eigentlich auch nicht gehen, aber wenn jemand weiß, wie das ganze System funktioniert, weiß, wie die Abläufe im Finanzamt sind und so weiter und geschickt ist, dann geht da tatsächlich relativ viel mit eurer Steuernummer. Das heißt, da sind relativ viele sensible Informationen hinter gespeichert, hinter dieser Steuernummer. Das ist bei der Steueridentifikationsnummer nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr da 100% auf der sicheren Seite sein wollt, dann gebt ihr einfach die Umsatzsteueridentifikationsnummer auf euren Rechnungen ein und damit gebt ihr auch keinerlei Möglichkeit, keine Informationen über euer Sitz, über den Sachbearbeiter im Finanzamt und nichts preis. Mit dieser Umsatzsteueridentifikationsnummer kann ich nicht beim Finanzamt anrufen oder irgendeinen Scheiß machen. Deswegen würde ich immer empfehlen, das zu machen. Ist absolut kein Riesenfehler, aber es ist zumindest eine potenzielle Gefahrenquelle, könnt ihr da aus dem Weg räumen, indem ihr das gar nicht erst da angebt. Ansofie schreibt, darf ich Rechnungen schreiben, wenn ich noch gar keine Steuernummer bekommen habe? Steuerlicher Erfassungsbogen ist aber abgeschickt. Was schreibe ich denn drauf? Ansofie, diese Frage können wir eigentlich quasi damit beantworten, indem hier steht eine Steuernummer. Die musst du halt auf deine Rechnung schreiben, damit es eine richtige Rechnung ist. Das ist die theoretische Antwort. Die rein praktische Antwort ist, du hast kein Problem mit deinen ausgehenden Rechnungen, sondern deine Kunden haben ein Problem. Weil wenn du keine Steuernummer auf deine Rechnung schreibst, ist das nämlich eine unvollständige Rechnung und dein Kunde hat kein Vorsteuerabzug. Das heißt, dein Kunde kann keine Vorsteuer aus deiner Rechnung gelten machen. Und das sollte eigentlich nicht im Interesse von deinem Kunden sein. Und deswegen würde ich, wenn ich der Steuerberater von deinem Kunden wäre, deinem Kunden raten, bezahl diese Rechnung nicht, bis du nicht eine ordnungsgemäße Rechnung mit Steuernummer bekommen hast. Das heißt, am Ende musst du mit deinem Kunden sprechen, ob das in Ordnung ist. Es ist auch schon in Ordnung, dass du quasi eine Rechnung ohne Steuernummer schickst. Du einigst dich mit dem Kunden, das Geld wird schon mal bewiesen und sobald du eine Steuernummer hast, korrigierst du die Rechnung. Das ist grundsätzlich möglich. Das ist halt eine Absprache mit deinem Kunden. Du für deine Buchhaltung hast eigentlich kein Problem. Du buchst das richtig ein, führst die Umsatzsteuer ab und kein Schwein wird sich darüber beschweren. Der Einzige, der sich darüber beschwert, wenn du keine Steuernummer angibst, ist eigentlich dein Kunde. Nadine schreibt, die Nummer kann man beim Finanzamt erfragen, wenn man sie noch nicht bekommen hat. Richtig. In den meisten Fällen, das würde ich tatsächlich vielleicht empfehlen, wenn du den steuerlichen Erfassungsbogen abgeschickt hast, das Finanzamt arbeitet, denn das Finanzamt ist nicht super schnell, das Finanzamt ist auch wahnsinnig überlastet gerade, also alle Finanzämter aufgrund von so ein paar, gerade Grundsteuer und also das ist relativ viel. Großes Chaos in deutschen Finanzämtern. Ich möchte nicht mit denen tauschen, würde ich auch sonst nicht wollen, so aus ethischen Gründen, aber die haben auch gerade sehr, sehr viel zu tun, muss man schon ehrlicherweise sagen. Und es kann sein, dass du im System schon eine Steuernummer bekommen hast. Deswegen, Ansofie, bevor du dich mit deinen Kunden anlegst, ruf mal beim Finanzamt an, da hat Nadine vollkommen recht, weil es kann sein, dass im System vom Finanzamt du schon eine Steuernummer zugeteilt bekommen hast, die dir aber noch nicht mitgeteilt worden ist. Das ist relativ häufig so, das gefällt teilweise bis zu zwei Wochen auseinander, bis du den Brief bekommst. Das heißt, im Zweifel einmal kurz das Hörer an die Hand nehmen, einmal anrufen und dann vielleicht sagen sie dir die Steuernummer direkt am Telefon, dann kannst du Gas geben, Rechnung schreiben, gar kein Problem, hast du hundertprozentig recht, Nadine, danke für den Hinweis. Ansofie schreibt, das sind Privatkunden, ja, dann ist sowieso egal, weil die eh keinen Vorsteuerabzug haben und tatsächlich hast du gesetzlich auch gar keine Verpflichtung, also du hast keine gesetzlich-rechtliche Verpflichtung, an Privatkunden Rechnung auszustellen. Das ist auch ganz interessant zu wissen. Also deswegen, egal, nimm das Geld, gut ist, und mach die Rechnung, sobald du die Steuernummer hast. Dann braucht jede Rechnung ein Ausstellungsdatum, das heißt, es ist einfach dieses Rechnungsdatum, das ist jetzt kein, kann man auch nicht viel falsch machen, ehrlicherweise. Dann braucht eure Nummer, eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird, in Klammern Rechnungsnummer. Das heißt, ihr braucht eine Rechnungsnummer. Hier steht fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen. Das heißt, eure Rechnung braucht eine Nummer, die auch nur einmalig vergeben wird und sie muss fortlaufend sein. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass ihr bei 1 anfangt und bei unendlich aufhört, also bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sondern ihr braucht ein System, mit dem nachvollziehbar ist, wie eure Rechnungen gestellt sind. Das heißt, ihr könnt beispielsweise auch jetzt im Jahr 2023, dann nehmt ihr 2023 001, 2023 002 und 2024 geht ihr los mit 2024 002 und so weiter. Vielleicht wollt ihr diese Information gar nicht preisgeben, weil auch mit dieser Zählweise verratet ihr unter Umständen euren Kunden, wie viele Rechnungen er schreibt. Vielleicht wollt ihr das nicht machen, dann ist das doof. Dann kannst du aber auch eine Kundennummer mit reinbauen beispielsweise. Dann sagst du 2023 1 001 und die erste 1 steht halt für Kunde. Ihr braucht irgendein System, was nachvollziehbar ist. Und dann muss es fortlaufend sein. Warum muss das fortlaufend sein? Wenn das ganz wild hin und her springt, weiß das Finanzamt ja nicht, ob ihr auch alle Rechnungen angegeben habt. Das Finanzamt möchte mit dieser fortlaufenden Nummer in der Lage sein zu überprüfen, ob du alle Rechnungen quasi eingereicht hast, alle richtig quasi als Umsatz verbucht hast. Das heißt, wenn du da Sprünge drin hast oder Nummern auslässt, das Auslassen ist das Schlimmste, wenn da einfach drei Rechnungsnummern fehlen, geht das Finanzamt halt davon aus, dass du da drei Rechnungen nicht angegeben hast und die deswegen nicht versteuert werden. Das heißt, das Finanzamt wird im Zweifel einfach schätzen, was du denn da abgerechnet hast und dann wirst du halt auf diese Schätzung Steuern zahlen müssen. Deswegen muss das fortlaufend sein. Aber es muss ein System sein. Überleg dir ein System. Das ist nicht vorgeschrieben. Was vorgeschrieben ist, siehst du da. Das ist das Gesetz. Da gibt es wenig weitere Interpretation. Ich habe meine Ware aus Holland bezogen. Der Geschäftspartner hat mir natürlich keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Ich mit Kleinunternehmerregelungen weise keine Mehrwertsteuer aus den Rechnungen. Richtig. Du als Kleinunternehmer weißt grundsätzlich keine Umsatzsteuer aus. Allerdings musst du tatsächlich für die Anschaffung Steuern abführen. Das heißt, dein Lieferant aus Holland, der hat also erstens, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat er eine Umsatzsteueridentifikationsnummer von dir bekommen und dann ist die Nettorechnung richtig. Dann musst du aber tatsächlich trotzdem eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und musst trotzdem Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Auch wenn du Kleinunternehmer bist. Das heißt aber, auf deinen Einkauf musst du on top nochmal Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Wenn du keine Umsatzsteuer-ID beim Einkauf angegeben hast, dann ist diese Rechnung von dem holländischen Lieferanten einfach falsch. Weil du kannst quasi nur eine Nettorechnung innerhalb der EU ausstellen, wenn du beide Umsatzsteueridentifikationsnummern hast. Also die von dir und dem Leistungsempfänger. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann musst du tatsächlich, obwohl du Kleinunternehmer bist, trotzdem eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und Umsatzsteuer abführen. Elli schreibt, kann ich Rechnung automatisieren? Welche Software kennst du? Ich verkaufe Online-Seminare. Andreas schreibt, haha, Billomat. Zum Beispiel Billomat. Ich habe jetzt gerade vor einer Stunde ein Video hochgeladen auf diesem Kanal. Da habe ich Zerwand vorgestellt. Da kannst du tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viel du da automatisieren kannst. Aber Billomat ist ein gutes Beispiel. Es gibt einige Tools für Rechnungsautomatisierung. Und ja, selbstverständlich darfst du die Rechnung automatisieren. Cindy schreibt, ich bekomme eine Gutschrift vom Kunden. Erfasse ich die Gutschrift als Einnahme? Oder kann ich eine Rechnung in der Höhe schreiben und die Gutschrift als Anlage? Andreas hat dir eigentlich schon die Antwort gegeben. Lass das Kontist machen. Nein, tatsächlich, eine Gutschrift gilt als Rechnung. Das heißt, wenn du eine Gutschrift bekommst, dann kannst du die Gutschrift einfach als, wie als wenn es deine Rechnung wäre, erfassen. Wichtig, auch da müssen trotzdem alle Angaben quasi enthalten sein. Das heißt, wenn die Gutschrift, all diese Punkte, die hier stehen, angegeben sind, dann reicht das aus. Wenn das nicht angegeben ist, würde ich es genauso machen, wie du sagst. Dann schreibst du eine Rechnung und nimmst einfach die Gutschrift als Anlage. Beides fein. Du kannst dir die Arbeit aber sparen, wenn eh schon alles Wichtige draufsteht. Zum Beispiel, wenn du online verkaufst, so hier Digistore 24 und so. Digistore rein aus Steuerbuchhaltungssicht. Es gibt wenige Online-Anbieter, die das sauberer, die das so sauber machen. Top, top, top Abrechnung. Und von denen kriegst du zum Beispiel immer eine Gutschrift. Die kannst du ohne Probleme eins zu eins genauso in deine Buchhaltung übernehmen. Maria schreibt, wie gebe ich die Menge an, wenn jemand bei mir ein Coaching-Paket bucht, aber das Paket sechs Sitzungen beinhaltet. Gebe ich dann Menge eins oder sechs an. Eine hervorragende Überleitung, Maria, bist eingestellt. Und zwar der nächste Punkt, da steht die Menge und Art, in Klammern handelsübliche Bezeichnung, der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung. Das heißt, dein Coaching-Paket ist ja keine Lieferung, sondern ist eine sonstige Leistung. Normalsterbliche würden Dienstleistung sagen. Das heißt, Umfang und Art. Mehr steht im Gesetz nicht. Deswegen ist die Antwort, kannst du dir aussuchen. Also es muss am Ende aus der Rechnung hervorgehen, was drin war. Also ein Paket, sechs Sitzungen. Oder sechs Sitzungen in einem Paket. Also kannst du dir wirklich machen. Das ist die Gesetzesvorschrift, das ist nicht interpretiert, das ist nicht irgendwie verfälscht, das ist nicht von irgendwie mir fehlinterpretiert. Das ist das, was im Gesetz steht. Und solange du das so machst und der Überzeugung bist, dass du Art und Umfang der sonstigen Leistungen hinreichend, ausreichend erklärt hast, ist es richtig. Deswegen, ja, in dem Fall kannst du dir einfach aussuchen. Elli schreibt, meine Seminarkunden sind Privatkunden. Ich dachte, das Finanzamt will eine Rechnung für jede Geldeinnahme. Ja, ich würde es auch machen. Aber tatsächlich, und auch das scrollen wir gerne mal hoch. Hier steht oben nämlich, führt der Unternehmer eine Lieferung oder sonstige Leistung nach Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1 aus, gilt folgendes. Werklieferung, bla bla bla, führt der Unternehmer, das lassen wir mal weg, eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit Grundstücken aus und so weiter, das fällt weg. Zweitens, führt der Unternehmer eine andere, also nicht mit Werklieferung oder Grundstücken aus, ist er berechtigt, eine Rechnung auszustellen. Das heißt, er ist berechtigt, er ist nicht verpflichtet. Soweit er einen Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist, ausführt, ist er verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung einer Leistung eine Rechnung auszustellen. Wir lernen daraus, wenn dein Kunde ein Unternehmer ist, der für sein Unternehmen etwas bucht, dann musst du innerhalb von sechs Monaten eine Rechnung ausstellen. Sonst bist du berechtigt. Das heißt, du musst es nicht tun. Ich würde dir dringend empfehlen, mach es halt trotzdem, aber du musst es tatsächlich nicht. Also unversteuern musst du es sowieso. Aber kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Du kriegst meistens in der Regel eher Probleme mit den Rechnungen, beim Finanzamt, mit den Rechnungen, die du reinbekommst, die du absetzen möchtest. Aber genau, das ist quasi das, was da so steht. Oh, Nadine dachte das Gleiche. Ja, genau, das ist am Ende, so steht es im Gesetz. Ihr seid berechtigt. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Recht. Nein, ihr müsst es tatsächlich nicht zwingend machen. Ich würde es euch dringend empfehlen, ehrlicherweise. Das ist Klarheit. Also Ordnung und Klarheit. Es ist ja auch immer noch was anderes, ob du etwas machen kannst oder ob es auch einfach pragmatisch inhaltlich empfehlenswert ist. In dem Fall würde ich ganz klar sagen, ihr solltet es schon tun. Aber ihr seid nicht gesetzlich verpflichtet. Nächste Sache, die ihr unbedingt auf eure Rechnung schreiben solltet. Den Zeitpunkt der Leistung oder sonstigen Leistungen. In den Fällen des blablabla, überspringe ich alles. Also, weil es irgendeine Anzahlung ist und so weiter. Was ist hier entscheidend? Den Zeitpunkt der Lieferung und sonstigen Leistungen. Und das ist ein Ding, das wird ständig vergessen. Auf eurer Rechnung muss ein Leistungszeitraum stehen. Das heißt, der Zeitpunkt, gut, ist jetzt nicht genau beschrieben, was genau ein Zeitpunkt ist. Ist es eine Woche? Ist es ein Tag? Ist es eine Uhrzeit? Ist es ein Monat? In der Regel, ehrlicherweise, da ihr eure Umsatzsteuervoranmeldung entweder monatlich, quartalsweise oder jährlich macht, kann man in der Regel schon sagen, naja, Monat reicht. Das heißt, einen Leistungsmonat müsst ihr angeben. Und das ist wichtig. Wenn das nicht draufsteht, ist eure Rechnung nicht ausreichend. Und das war gleich die allererste Frage von heute. Warum um Himmels Willen kann das Contest-Tool das nicht? Weiß ich nicht. Ist doof. Finde ich auch nicht gut. Ich bin Contest-Steuerberatung. Ich merke das gerne häufiger mal an, dass Contest, das Softwareunternehmen, da eine Funktion vergessen hat. Ihr müsst es halt reinschreiben. Was aber tatsächlich auch in den allermeisten Fällen ausreicht, ist, wenn ihr einen Hinweis unten auf der Rechnung schreibt, Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum, das habt ihr vielleicht auch ein paar Mal gesehen, könnt ihr standardmäßig einfach reinschreiben. Sollte natürlich auch irgendwie der Wahrheit entsprechen, aber damit habt ihr quasi die Nummer 6 abgehakt und rechtlich quasi erledigt. Auch für eure Eingangsrechnung. Wenn das nicht draufsteht, also wenn da kein Leistungsdatum draufsteht, dann dürft ihr streng genommen keine Umsatzsteuer daraus ziehen. Das heißt, dann müsst ihr diese Rechnung korrigieren lassen. Ich würde euch grundsätzlich empfehlen. Zahlt keine Rechnungen, die nicht korrekt sind. Deswegen habe ich die Checkliste gebaut, die ihr in der Videobeschreibung findet. Ich möchte auch an dieser Stelle ehrlicherweise sagen und zugeben, ich habe sie nicht gebaut, aber es waren meine lieben Kollegen, die sie gebaut haben. Wobei, weiß ich, doch, die Inhalte kommen von mir, aber das zusammengebastelt habe ich nicht. So, jetzt kommen wir. Siebtens. Den nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen das aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung. Sowie die im Voraus Minderung des Entgeltes und so weiter. Also Anzahlung. Das heißt, ihr müsst eure ganzen Leistungen nach Umsatzsteuersätzen aufgeschlüsselt ausweisen. Ehrlicherweise in den allermeisten Fällen hat man ja nur einen Umsatzsteuersatz, aber ich gebe euch mal ein Beispiel, so ein Hotel beispielsweise. Oder aber auch, wenn ihr Airbnb-Wohnungen vermietet und eine Rechnung ausstellt, wir haben gelernt, wenn ihr Airbnb-Vermieter seid, also über Airbnb vermietet, dann müsst ihr auch eine Rechnung stellen, wenn ihr einen Geschäftskunden habt, der bei euch übernachtet. Also wenn jemand da eine Geschäftsreise macht und bei euch übernachtet und darauf besteht, eine Rechnung von euch zu bekommen, weil er ja in eurer Wohnung, die er über Airbnb gebucht hat, aber bei euch gebucht hat, dann hat er den Anspruch, von euch eine Rechnung zu bekommen. Und dann müsst ihr auch eine Rechnung schreiben. Und da wird es relativ tricky, weil die Übernachtung, auch Hotelübernachtung, aber auch kurzfristige Übernachtung, die unterliegt dem ermäßigten Steuersatz von 7%. Aber andere Leistungen, wie zum Beispiel Frühstück im Hotel, 19%. Wie zum Beispiel das Parken, 19%. Das muss alles einzeln ausgewiesen sein. Das heißt, wenn ihr mal eine Rechnung schreibt, wo unterschiedliche Steuersätze drauf sind, alles separat, schön übersichtlich sagen, hier, da gilt der Steuersatz und so weiter. Wenn euch das zu viel Arbeit ist, stellt halt einfach zwei Rechnungen. Also ihr müsst ja nicht in einer Rechnung quasi mehrere, das aufteilen, sagen, ihr könnt auch einfach zwei Rechnungen schreiben. Geht natürlich auch. Natürlich müsst ihr auch draufschreiben, den anzuwendenden Steuersatz, sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. Natürlich müsst ihr da erst auch draufschreiben, hier, ich habe 19% Umsatzsteuer genommen und ich habe 7% angewendet oder 7%. Wichtig auch, ihr müsst den Prozentsatz, also den anzuwendenden Steuersatz und den Steuerbetrag, das heißt, beides separieren. 1000 Euro Beratung, 19% Umsatzsteuer sind 190 Euro Umsatzsteuer, das müsst ihr draufschreiben, genau. Und auch wenn ihr keine Umsatzsteuer ausweist, müsst ihr draufschreiben, warum. Und das ist ganz, ganz wichtig, das gilt zum Beispiel für dich, Lilluck, das lese ich richtig, oder Luck, Luck, Luck. Also hier, ich glaube, du weißt, wen ich meine. Gilt auch für alle anderen Kleinunternehmer. Ihr müsst, wenn ihr Kleinunternehmer seid, weist ihr keine Umsatzsteuer aus. Dann muss aber eine Begründung auf der Rechnung stehen, warum ihr keine Umsatzsteuer ausweist, weil sonst, das Finanzamt, wenn sie Rechnung sieht, sagt, naja, Rechnung ohne Umsatzsteuer ist falsch. Umsatzsteuer. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr irgendwie keinen Umsatzsteuer ausweist, müsst ihr draufschreiben. Deswegen braucht auch jede Kleinunternehmerrechnung den Hinweis da drauf, dass ihr der Kleinunternehmerregelung unterliegt, nach § 19 Umsatzsteuergesetz jetzt weist ihr keine Umsatzsteuer aus. Gibt es zigtausend unterschiedliche Formulierungsvorschläge, gibt es auch keine rechtliche Definition, wie das auszusehen hat, das müsst ihr zum Beispiel da machen. Oder aber hier ganz, ich glaube, Andreas hat das vorhin geschrieben, naja, wenn ich einen ausländischen Kunden habe, schreibe ich auch keine Umsatzsteuer drauf. Richtig, aber auch das muss auf der Rechnung draufstehen. Das heißt, da muss dann im Zweifel drinstehen, umkehrte Steuerschulterschaft, reverse charge, nicht steuerbare Leistungen in Deutschland, keinen Steuerausweis gemäß § 13b oder sowas, komme ich gleich noch dazu. Aber das muss, eine Begründung draufstehen. Weil wenn keine Begründung draufsteht, muss man grundsätzlich davon ausgehen, Umsatzsteuer. Das heißt, ihr dürft eigentlich nie den Umsatzsteuerausweis weglassen, wenn ihr dazu keine Begründung habt. Jetzt in den Fällen § 14b und so, das ist ein super Special-Fall, irgendwas mit Immobilien und so, das können wir weglassen. Außer jetzt ist hier irgendwie Immobilienleute am Start, dann schreibt das mal. Muss ich aber auch sagen, da stecke ich nicht tief drin, da muss ich erstmal selber nachlesen. Genau, wichtiger Punkt, und da kommen wir gleich auf die Frage, die wir vorhin schon hatten. Weil eine Gutschrift auch als Rechnung gilt, ist in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger, das heißt quasi, die andere Seite schreibt die Rechnung, muss das Wort Gutschrift draufstehen. Auch das wird euch jetzt nicht wahnsinnig überraschen. Wobei es ist schon ganz witzig, eine Rechnung muss nicht Rechnung heißen, die darf auch Kassenbon oder Quittung oder Vertrag oder was auch immer heißen. Aber wenn der Leistungsempfänger das ausweist, dann muss Gutschrift draufstehen. So, und das sind die Punkte, wie gesagt, die findet ihr auch einmal in der Checkliste unten in der Videobeschreibung. Das sind die, die im Gesetz stehen, was da gemacht ausgewiesen werden muss. Jetzt gibt es vielleicht den ein oder anderen smarten Zuschauer unter euch und denkt sich so, hey, ich war letztens einkaufen, ich hatte einen Kassenbon, da stand meine Adresse ja gar nicht drauf. Was ist denn, wenn ich bei Stables, wo kauft man, McPaper, Bürobedarf kaufe für einen Hunni, dann steht da meine Adresse nicht drauf. Das heißt, da ist ja gar nicht der Leistungsempfänger drauf. Das ist ja gar nicht erfüllt. Muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwo an einer Supermarktkasse stehe und was für das Unternehmen kaufe, meine Adresse angeben. Warum fragen die mich eigentlich nicht? Ein durchaus berechtigter Einwand. Aber doch, ihr dürft Umsatzsteuer ziehen. Und zwar gibt es eine Vereinfachungsregelung. Und zwar in Paragraf 33 Umsatzsteuer Durchführungsverordnung. Das ist so ein bisschen so eine Vereinfachungsregelung. Ihr könnt es fast selber durchlesen. Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht übersteigt, muss mindestens folgende Angaben enthalten. Das heißt, für alle Rechnungen, alles, was ich vorgelesen habe, gilt vor allen Dingen für Rechnungen über 250 Euro. Für alle Rechnungen unter 250 Euro muss draufstehen der vollständige Name und die vollständige Adresse des leistenden Unternehmens. Deswegen muss deine Adresse und dein Name auch nicht auf das Stables oder MacPaper Kassenbon über 100 Euro draufstehen. Ist nicht notwendig, weil nur die Adresse von MacPaper oder Stables oder wo auch immer ihr einkaufen geht draufstehen muss. Und das steht eigentlich auf jedem Kassenbon drauf. Das Ausstellungsdatum steht eigentlich auch auf jedem Kassenbon drauf. Die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang der sonstigen Leistung, auch das steht in der Regel auf jedem Kassenbon drauf. und das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung und sonstige Leistung in einer Summe. Das heißt, da musst du nicht separat ausweisen. Da reicht einfach alles zusammengehauen und den darauf anzuwendenen Steuersatz. Das heißt, inklusive 7% reicht vollkommen aus. Das muss jetzt nicht separat. Oder 19% reicht vollkommen aus. Genau. That's it. Das heißt, es ist deutlich einfacher für alle Rechnungen unter 250 Euro. Und es waren ja so ein paar dabei, die auch hier jetzt... Ich habe den Namen vergessen. Ich bin nicht gut in Namen. Vor allen Dingen, wenn ich hier über Rechnungen gleichzeitig rede. Hier war irgendjemand ohne Steuernummer und an B2C-Endkunden quasi ohne... Also ohne Steuernummer bisher und so weiter. Wir können hier mal nachgucken. Wir sehen hier keine Steuernummer. Das heißt, wenn du an Endkunden verkaufst, ich weiß nicht genau, was du verkaufst an Endkunden, aber wenn das unter 250 Euro ist... Sarah schreibt an Sophie, ey, ihr denkt mit. Danke, Sarah. An Sophie, wenn du Endkunden hast und deine Rechnungen unter 250 Euro sind, brauchst du sowieso keine Steuernummer angeben. Also easy alles. Genau. Das ist so die Vereinfachung. Wie gesagt, musst du bei Endkunden sowieso nicht machen, aber selbst bei Geschäftskunden musst du das nicht machen. Und es gibt auch noch eine weitere Vereinfachungsregelung. Da möchte ich... Wird aber über sein. Ja, genau. An Sophie, aber wie gesagt, bei Endkunden ist das egal. Du kannst auch trotzdem ein Dokument erstellen und die Steuernummer tatsächlich bei Endkunden weglassen. Dann ist es halt rechtlich gesehen keine ordnungsgemäße Rechnung, weil du hast eine Angabe weggelassen. Aber du musst halt auch keine ordnungsgemäße Rechnung ausstellen. Selbst wenn deine Endkunden darauf bestehen sollten, haben sie ja keinen Anspruch. Nach welcher Grundlage? Nach Paragraph 14 haben nur Geschäftskunden einen Anspruch. Aber generell. Vielleicht ist für jemand anderes interessant, wenn es für dich nicht ist. Es gibt noch eine andere Ausnahmeregelung, die möchte ich hier noch einmal erwähnen. Könnt ihr euch nach angucken. Und zwar Fahrausweise als Rechnungen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch keine Fahrausweise ausstellen werden. Aber natürlich das Ganze trotzdem interessant. Und zwar, weil ihr natürlich auch Ausgaben habt. Natürlich könnt ihr ein deutsches Bahnticket auch absetzen. Und auf ein deutsches Bahnticket muss auch nicht eure Adresse draufstehen. Genauso wie Kassenbons. Das ist ja sowohl für das, was ihr ausstellt, relevant, als auch tatsächlich für euer Rechnungseingang. Das ist auch bei generell Taxiquittungen, öffentlicher Nahverkehr, BVG, HVV, MFG. Ihr wisst, diese U-Bahnen, S-Bahnen, Deutsche Bahn und so weiter. Könnt ihr natürlich auch trotzdem von der Steuer absetzen. Selbstverständlich. Jetzt haben wir relativ lange damit verbracht, durch die ganzen Paragraphen zu gehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Jetzt habe ich aber wirklich so viel gequatscht. Es tut mir leid, auch für alle Leute, die eventuell gehen müssen jetzt schon. Ich gehe noch nicht. Wir machen das hier schön weiter. Aber genau so sieht die gesetzliche Grundlage aus. Hier an dieser Stelle noch ein Hinweis für alle Leute, die vielleicht gerade dazugekommen sind. Unter in der Videobeschreibung findet ihr eine Checkliste. Da steht alles drin. Da könnt ihr eure eigenen Rechnungen, die ihr rausschickt, quasi einmal checken, aber auch alle, die reinkommen. Ich habe mir aber relativ viel Arbeit gemacht, so die häufigsten Fehler noch rauszusammeln. Die schauen wir uns jetzt noch selbstverständlich natürlich an. Genau. Und zwar habe ich einmal Geschäftsbeziehungen. Das habe ich gemacht, weil ich gerne Emojis mal darstellen wollte. Das ist ganz simpel. Es gibt eigentlich drei Szenarien. Das müsste auch in der Checkliste tatsächlich so gegeben sein. Ich gucke selber einmal nach. Und zwar, ja genau, in der Checkliste seht ihr einmal Rechnungen nach Deutschland. Also wenn ihr einen deutschen Kunden habt. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ihr in Deutschland seid und der Dienstleister in Deutschland ist. Dann Rechnungen in ein anderes EU-Land. Und es ist noch ein bisschen anders, wenn ihr quasi eine Rechnung in das EU-Drittland schickt. Das ist jetzt nochmal special. Wenn ihr eine Rechnung oder arbeitet für ein Unternehmen in Deutschland, dann seht ihr euch einmal hier oder mich seht ihr hier. Vielleicht seht ihr, dass ich gemeint bin mit dem Emoji. Ich habe einen Kunden und der ist in diesem Haus. Und ich mache meine Arbeit und schicke natürlich die Rechnung an diesen Unternehmen. Kriege dafür mein Geld. Und auf diesen Rechnungen weise ich dann ganz normal Umsatzsteuer aus. Das ist wichtig. Das ist ehrlicherweise auch keine Raketenwissenschaft. Schwieriger wird das Ganze bei Grenzüberschreitung. Und das ist wirklich wichtig. Weil das ist wirklich ein ganz häufiger Fehler, den ich immer wieder sehe. Und zwar, wenn eure Kunden im EU-Ausland sitzen und Unternehmenskunden sind. Wichtig. Dann weist ihr keine Umsatzsteuer aus. Und zwar, nein, gar nicht. Ihr macht also die Arbeit, ihr verschickt eine Rechnung, ich kriege das Geld. Ihr weist keine Umsatzsteuer aus. Ihr müsst aber zwei Umsatzsteuer-Identifikationsnummern angeben. Und zwar eure eigene. Das heißt, ihr braucht unbedingt eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn ihr internationale Geschäftsbeziehungen habt. Die ihr übrigens fast immer habt. Wenn ihr irgendwelche Online-Tools benutzt. Zum Beispiel Facebook, Google, YouTube. Sowas zum Beispiel. Aber auch Zoom und solche Sachen. Das heißt, wenn ihr mit Unternehmen zu tun habt, die irgendwo im anderen EU-Ausland sitzen. Und ehrlicherweise in Europa sitzen die meisten irgendwie in Irland. Warum wohl? Steuern ist da ein bisschen günstiger. Dann braucht ihr eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Aber auch wenn ihr Rechnungen schreibt. Aber ihr braucht tatsächlich auch auf euren Rechnungen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von eurem Kunden. Und die müsst ihr beide draufschreiben. Und ihr müsst einmal den Hinweis darauf schreiben, dass die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger übergeht. Das ist ein bisschen komisch. Das Ganze nennt sich Reverse-Charge-Verfahren. Dazu habe ich schon mal ein ganz vertiefendes einzelnes Video auf diesem Kanal gemacht. Schaut euch das gerne an, wenn ihr das noch nie gehört habt. Wichtig ist, ihr weist keine Umsatzsteuer aus. Ihr müsst zwei Umsatzsteuer-Identifikationsnummern auf die Rechnung entschreiben. Und ihr braucht den Rechnungshinweis mit dem Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren. Reverse-Charge oder Umkehr der Steuerschuldnerschaft ist quasi die gleiche Bezeichnung. Das solltet ihr unbedingt draufschreiben. Und das gilt konsequent. Andreas schreibt jetzt gerade, muss eine Rechnung, die nach in die USA geht, auch ein Paragraph wie beim EU-Ausland drauf und deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer? Herzlichen Dank für diese Anmoderation. Ich habe Gott sei Dank gerade das US-Emoji genommen. Und zwar eigentlich nicht. Ich habe es trotzdem draufgeschrieben. Also musst du eigentlich nicht. Das Reverse-Charge-Verfahren ist ein Verfahren, was gilt vor allen Dingen auch innerhalb der EU. Das gibt es zum Teil auch außerhalb der EU. Aber ich würde dir dringend empfehlen, dass du es trotzdem draufschreibst. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer würde ich sowieso immer draufschreiben. Deine, habe ich erzählt. Ich würde nicht die Steuernummer, sondern die Umsatzsteuer-ID nehmen. Ich würde auch trotzdem draufschreiben, Reverse-Charge-Verfahren, pipapo. Ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, ob das tatsächlich auch der Fall ist, dass in den USA der Leistungsempfänger denn irgendwas mit der Umsatzsteuer macht. Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Oder China oder Schweiz oder Südafrika oder Großbritannien auch nicht mehr EU-Mitglied. Das ist ein Drittlandsumsatz. Warum würde ich es trotzdem draufschreiben? Weil das quasi deine Begründung ist, warum du keine Umsatzsteuer ausweist. Und du möchtest keinen Ärger mit dem Finanzamt haben, was sagt, naja, warum weißt du keine Umsatzsteuer aus? Dann führ sie ab. Nein, ich würde grundsätzlich konsequent immer sagen, schreib eine Begründung auf die Rechnung, warum du keine Umsatzsteuer ausweist. Und die Begründung ist Reverse-Charge-Verfahren oder Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Oder aber nicht steuerbar in Deutschland nach § 13b oder irgendwie sowas. Deswegen würde ich sagen, schreib es auf jeden Fall drauf. Dir kann es eigentlich egal sein, was dein Kunde in den USA damit macht. Das ist die praktische Antwort. Deswegen würde ich sagen, schreib es drauf, ja. Ganz wichtige Frage, wie ist das bei Privatkunden aus den USA, Umsatzsteuer, wenn die Leistung online ist? Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was du machst. Ich kann dir grundsätzlich aber sagen, das Ganze geht für Unternehmenskunden. Bei Privatkunden, vollkommen egal, weise deutsche Umsatzsteuer aus. Weil dieses ganze Reverse-Charge-Prinzip können ja nur Unternehmer machen. Da bin ich vorhin schon mal bei Luke, ich weiß nicht mehr genau, wie der Name heißt, schon mal drauf eingegangen. Weil du als Leistungsempfänger deine Umsatzsteuer-Voranmeldungen machen musst. Und das machen Endkunden nicht. Auch deine Endkunden aus den USA, Großbritannien oder Dänemark oder Spanien oder egal wo. Endkunden machen keine Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Und deswegen weißt du immer, das stimmt nicht ganz immer, aber in den allermeisten Fällen weißt du deutsche Umsatzsteuer aus. Das ist im E-Commerce teilweise anders. Also Versandhandel müsst ihr euch unbedingt mit dem One-Stop-Shop-Prinzip mal beschäftigen. Auch dazu habe ich ein vertiefendes Video. Das würde hier so vollständig den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt speziell auf Versandhandel nochmal ganz detailliert vertiefend eingehen würde. Schaut euch bitte das Video One-Stop-Shop auf diesem Kanal an. Da bin ich nochmal bestimmt drauf eingegangen. Weil es kann unter Umständen sein, dass du auch Umsatzsteuer ausweisen musst, aber die Umsatzsteuer des Ziellandes quasi. Aber das erkläre ich da in dem Video. Genau, da habe ich auch genau so gesagt, wann und wie und so. Also deswegen da ein dringender Hinweis. Als Kleinunternehmen, was soll ich auf amerikanische Rechnungen schreiben? Also für Rechnungen nach Amerika, da würde ich tatsächlich auch Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers schreiben. Weil der Ort der Leistung nicht Deutschland ist. Deswegen wird dieser Umsatz, den du mit einem Unternehmen in den USA machst, gar nicht in deine Kleinunternehmergrenze mit reingezählt. Also in diese 22.000 Euro wird das gar nicht berücksichtigt. Lucian schreibt, ich habe einen Kunden aus der EU im EU-Ausland, habe eine Rechnung im Reverse-Charge-Verfahren ausgestellt. Nur will der Kunde 10% einbehalten. Schick ihn zu mir, ich mache den fertig. Nein, falsch. Scheiß dumme Autos. Sorry. Ich will nicht gesperrt werden. Das ist falsch. Ist tatsächlich falsch. Ist hundertprozentig richtig. Diese Person, ich weiß nicht, entweder weiß der Kunde das und möchte dich einfach um 10% Preis drücken oder weiß es nicht. Dann sollte er sich zwingend mal damit auseinandersetzen und mit seinem Steuerberater sprechen. Maria schreibt, wenn jemand die Rechnung in drei Raten bezahlt, muss ich dann drei Rechnungen schreiben. Also für jede Rate eine. Kannst du machen, musst du nicht. Würde ich tatsächlich, also ich bin grundsätzlich immer ein sehr fauler Mensch oder ich nenne es sehr pragmatisch. Ich glaube Stromberg hat irgendwann mal gesagt, ein gutes Springpferd springt nur so hoch, wie es springen muss und deswegen würde ich da nicht unnötig viel machen. Ich würde tatsächlich eine Rechnung schreiben und als Zahlungsbedingung kannst du ja als Text dazu schreiben, diese Rechnung wird in drei Raten beglichen und zwar erste Rate, Betrag XY zum Datum, zum Datum, zum Datum. Das würde ich oben auch schon drauf schreiben, sonst hast du im Zweifel Diskussionen, warum eine Rate zu spät ist und so weiter, aber ich würde tatsächlich einfach eine Rechnung schreiben. Reicht. Einfach weil weniger Arbeit. So, jetzt habe ich aber viel versprochen und zwar die häufigsten Fehler. Ich habe es sogar in der Überschrift noch stehen. Die fünf häufigsten Fehler bei Rechnungen und Mahnungen. Der erste Fehler ist, gar keine Rechnung zu haben. Das passiert relativ häufig. Wie gesagt, du brauchst bei Endkunden keine Rechnung. Bei B2B solltest du eine Rechnung haben und zwar eine Begründung, vor allem wenn du nichts ausweist. Du hast aber einige Geschäftsmodelle, wo du keine Rechnung bekommst oder auch keine Informationen dazu hast. Um euch Beispiele zu geben. Ich verkaufe E-Books über das Kindle Direct Publishing Programm von Amazon oder ich nutze das Amazon Partner Programm oder aber ich betreibe einen YouTube Kanal, das Partner Programm ist aktiviert und ich bekomme regelmäßig Auszahlungen. Immer dann sind diese großen Unternehmen, Amazon, Google und so weiter einfach zu faul, mir eine vernünftige Gutschrift zu erstellen. Eine Rechnung kann ich auch nicht erstellen, weil die überweisen mir einfach Geld und ich kriege eine E-Mail, wo drinsteht, hast du eine Geldauszahlung. Im Zweifel, wenn du eine Rechnung brauchst, was ich in dem Fall dringend empfehlen würde, weil das Ganze auch ohne Umsatzsteuer ist. Wenn ihr in einem der Bereiche seid, sucht auf dem Kanal, ich habe Videos aufgenommen zu KDP, also Kindle Direct Publishing, für Merch bei Amazon, für all die Sachen gibt es eigentlich einzelne vertiefende Videos. Schreibt eine Proforma-Rechnung. Also ihr könnt auch für eure Buchhaltung, wenn ihr einfach eine Auszahlung bekommt von einem dieser riesengroßen Player, schreibt für euch eine Rechnung für eure Buchhaltung. Rechnung als Proforma-Rechnung, die müsst ihr nicht verschicken, also ihr müsst jetzt nicht Post an Amazon in Luxemburg schicken, überhaupt nicht, aber ihr braucht eine Rechnung, wo dann draufsteht, Rechnung an Amazon, bla bla bla, Kindle Direct Publishing, Lizenzeinnahmen für Kindle Shop und so weiter. Und ganz wichtig, das ist Reverse Charge, das ist ohne Umsatzsteuer und deswegen braucht ihr die Rechnung, damit in der Begründung draufsteht, dass das Ganze ohne Umsatzsteuer ist, sonst lauft ihr unter Umständen Gefahr, dass das Finanzamt davon Umsatzsteuer abhaben möchte und das steht ihnen nicht zu und deswegen sollten sie es nicht haben. Das heißt, wenn ihr eines dieser Geschäftsmodelle verfolgt und einfach nur Auszahlung bekommt, schreibt für eure eigene Buchhaltung, euren eigenen Seelenfrieden und fürs Finanzamt eine Proforma-Rechnung. Könnt ihr gerne googeln, gibt es tatsächlich tausend Vorlagen, wenn ihr so ein Online-Buchhaltungsprogramm benutzt, dann gibt es da meistens auch schon direkt Vorlagen. Nächster häufiger Fehler, falscher Umsatzsteuersatz und das kommt echt relativ häufig vor, gerade bei den eingehenden Rechnungen. Wenn denn irgendeine, habe ich vorhin erzählt, eine finnische Umsatzsteuer ausgewiesen ist oder eine falsche Umsatzsteuersatz, also statt 19% 7% oder 7% 19% und so weiter, habt ihr keinen Vorsteuerabzug. Ihr habt grundsätzlich keinen Vorsteuerabzug aus falschen Rechnungen. Deswegen solltet ihr auch niemals falsche Rechnungen bezahlen und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass ihr Rechnungen prüft, bevor ihr sie bezahlt. Da wäre es sinnvoll, wenn man so eine schöne Checkliste hätte, oder? Ihr findet sie in der Videobeschreibung. Da könnt ihr jeden Geldeingang, jede Rechnung checken und alle Rechnungen, die falsch sind, konsequent nicht bezahlen. Das Thema Umsatzsteuersätze in Deutschland ist leider wahnsinnig ein unfassbar kompliziertes Thema. Da könnte ich ein 3-Stunden-Webinar zu machen, gerade wenn ich so in Plauderlaune bin wie heute, das ist wahrscheinlich 6 Stunden lang. Ist leider ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Ja, ich kann euch das nicht pauschal sagen. Ich kann euch nur sagen, der Standard-Umsatzsteuersatz in Deutschland ist natürlich 19%. Es gibt aber noch eine ganze Reihe an Umsätzen, die mit 7% versteuert sind. Zum Beispiel Hotelübernachtung, wie wir vorhin gelernt haben, Lebensmittel und solche Sachen. Da gibt es noch eine ganze Reihe Sachen, die umsatzsteuerfrei sind. Wir hatten vorhin hier Versicherungsberater, Vermittlungen und so weiter. Versicherungsumsätze sind ganz häufig umsatzsteuerfrei. Umsätze von Ärzten beispielsweise sind ganz häufig umsatzsteuerfrei. Die Vermietung von privatem Wohnraum ist umsatzsteuerfrei, also eure private Wohnung, im Mietvertrag steht keine Umsatzsteuer drin. Wenn ihr im Büro mietet irgendwo, dann ist da in der Regel eine Umsatzsteuer drin. Also es ist ein unfassbar komplexes Thema. Aber recherchiert da lieber ein bisschen mehr als zu wenig, weil ganz häufiger Fehler. Und ihr dürft aus falschen Rechnungen grundsätzlich, also auch mit falschem Umsatzsteuerausweis, keine Vorsteuer geltend machen. Leider war, leider sehr, sehr häufiger Fehler. Ein Fehler, den ich auch schon erzählt habe, so oft, also so oft fehlt das Leistungszeitraum, Leistungsdatum. Deswegen würde ich euch dringend empfehlen, wenn ihr das nicht separat ausweist, schreibt diesen Satz drauf, Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. Und damit habt ihr diesen Fehler pauschal für immer vermieden. Schreibt den Satz einfach irgendwo in die Ecke von jeder Rechnung. Und dann habt ihr quasi ein Abo auf den Fehler schon mal nicht. Auch hier gilt natürlich, wenn das auf den eingehenden Rechnungen steht, habt ihr keinen Vorsteuerabzug. Super ärgerlich. Jetzt kommen wir zu den Advanced-Fehlern von Dingen, die man eventuell auch nicht weiß, wenn man schon eine Weile selbstständig ist. Und zwar, wenn ihr eine Rechnung schreibt an ein Unternehmen im EU-Rosland, haben wir vorhin gesagt, dann weist ihr keine Umsatzsteuer aus, ihr schreibt irgendwas mit Reverse Charge drauf und ihr gebt die Umsatzsteueridentifikationsnummer eures Kunden an. Und weil es eure Rechnung ist, seid ihr dafür verantwortlich, dass das um Himmels Willen die richtige Umsatzsteueridentifikationsnummer ist. Natürlich werdet ihr diese Umsatzsteueridentifikationsnummer von euren Kunden bekommen, aber es ist eure Verantwortung, dass die richtig ist. Das heißt, ihr müsst das Ganze überprüfen. Weil wenn ihr dann eine falsche Umsatzsteueridentifikationsnummer draufschreibt, haftet ihr für die Umsatzsteuer, was im Zweifel heißt, ihr führt 19% Umsatzsteuer ab, obwohl ihr sie nicht bekommen habt. Wie macht man das? Da habe ich einen tollen Link auf die Slides geschrieben. Das ist wahnsinnig unpraktisch, das weiß ich selbst. Ich schicke ihn euch auch gleich einmal in den Chat und ich zeige euch auch, wie das Ganze aussieht in echten Leben. Das ist die Seite, da geht ihr einmal drauf, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Bundeszentralamt für Steuern. So sieht das Ganze aus, modern wie in den 90ern. Da gebt ihr hier oben eure eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer ein. Dann das abzufragende Land, also wo sitzt euer Geschäftspartner und dann schreibt ihr hier unten nochmal die Steuernummer. Klickt auf Starten und dann seht ihr die Adresse des Unternehmens, also wem gehört diese Umsatzsteueridentifikationsnummer. Und wenn ihr einen Kunden habt, dann kriegt ihr eine Adresse, Namen und die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das heißt, da könnt ihr hier reingehen und einmal checken, ob das Ganze richtig ist. Ganz, ganz wichtig, weil, also passiert nicht so besonders häufig, aber das kann halt richtig teuer werden, wenn das nicht vernünftig gemacht ist. Und deswegen würde ich dringend empfehlen, tut es, einfach standardmäßig. Jonas stellt eine sehr, sehr wichtige Frage, haben USA-Firmen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer? Nein, haben sie nicht, wollte ich vorhin auch erzählen, habe ich nicht gemacht. Genau, deswegen könnt ihr auch nicht die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Leistungsempfängers draufschreiben, wenn ihr in die USA eine Rechnung verschickt, weil die haben das nicht. Umsatzsteueridentifikationsnummer ist quasi ein Produkt der Europäischen Union. Es gibt tatsächlich auch andere Länder, die auch so eine Registernummer und so weiter haben, die kannst du aber da alle nicht überprüfen über das Portal. Und brauchst du auch nicht aufführen, weil haben sie halt standardmäßig eigentlich nicht. Oh, Cindy, Advanced-Frage, ich sehe die gerade. Wenn ich eine Umsatzsteuererstattung bekomme, muss ich einen Eigenbeleg machen oder kann ich einfach das ELSTER-Protokoll als Beleg nehmen? Wahnsinnig gute Frage, weil ich glaube, es stellen sich wahnsinnig unglaublich viele Leute. Tatsächlich reicht das ELSTER-Protokoll, also das Übertragungsprotokoll, Berechnung aus der Software, das reicht vollkommen aus. Das heißt, da brauchst du für die Umsatzsteuererstattung keinen eigenen Beleg. Aber wirklich gute Frage. Das sind immer so die Sachen, vor denen man im Alltag ja dann sitzt und nicht mehr weiß, wie man das machen soll. Und ein, ich würde mal sagen, ein nicht rechtlicher Hinweis, aber ich würde mal sagen, ich war insgesamt in meinem Leben 15 Jahre selbstständig schon. Ich hoffe inständig, dass man merkt, dass ich ein bisschen mehr Praxisbezug habe als viele andere Steuerheinis, die zwar wahnsinnig kompliziert reden können, aber das Ganze noch relativ praxisfern machen. Und zwar, wenn ihr Mahnungen verschickt, schreibt keine Nummern drauf. Wirklich nicht. Ihr verschickt ja eine Rechnung und dann vielleicht eine Zahlungserinnerung und dann Mahnung. Schreibt bitte niemals erste Mahnung auf die Rechnung. Weil was steht auf einer Mahnung, wenn da erste Mahnung steht? Es gibt Leute, die sagen, oh shit, jetzt habe ich zu spät gezahlt. Es gibt aber ganz viele Leute, die sagen, naja, wenn erste draufsteht, kommt noch eine zweite, wahrscheinlich auch eine dritte. Das heißt, ihr reduziert die Zahlungsmoral ganz erheblich, wenn ihr euren Mahnungen Nummern gebt. Deswegen schreibt Mahnung, letzte Mahnung, allerletzte Mahnung. Nein, ihr müsst auch nicht viele verschicken, aber schreibt keine Nummern drauf, wirklich. Also ich habe wirklich in meinem Leben wahrscheinlich hunderttausende bis Millionen Rechnungen verarbeitet. Und Mahnungen mit Nummern sind nicht empfehlenswert. So rein fürs echte Leben. So das sind die nicht rechtlichen, aber in der Praxis doch wichtigen Hinweise. Macht das nicht, macht das nicht, hilft nicht. Sorgt nicht dafür, dass ihr schneller bezahlt werdet. Nächster Fehler, ganz häufig, habe ich vorhin schon erzählt, ist jetzt eigentlich Wiederholung. Ihr schreibt einen Unternehmensnamen statt euren echten Namen drauf. Das dürft ihr nicht, außer ihr seid im Handelsregister eingetragen. Wenn ihr das nicht habt, hat der Kunde keinen Vorsteuerabzug. Das gilt natürlich auch bei allen Rechnungen, die ihr bekommt. Das heißt, ihr müsst den Leuten im Zweifel beibringen, dass... Oder ihr müsstet mir beibringen, dass ich nicht Melchior... Ne, Melchior darf ich heißen. Steuervideoproduktion heiße. Heiß ich nicht. Ich heiße Melchior Neumann. Und das muss auch auf meiner Rechnung stehen. Ich kann aber Steuervideoproduktion bei Melchior Neumann zum Beispiel draufschreiben. Da steht mein echter Name drin. Aber ganz wichtig, das muss draufstehen, sehe ich echt häufig. Sollte nicht der Fall sein. So, und jetzt kommt, glaube ich... Ich gucke mal, ihr merkt schon, ich kann nicht bis 5 zählen. Ein wichtiger Punkt noch, Rechnungskorrektur. Dazu habe ich ja schon mal ein ausführlicheres Video gemacht. Ich möchte aber hier nochmal sagen, es ist zwingend notwendig. Da kriegt ihr richtige Probleme mit dem Finanzamt. Und zwar, wenn eure Rechnungsnummern nicht konsistent sind. Und das ist eigentlich relativ logisch und kriegt auch jeder einigermaßen gut hin. Wo es Probleme gibt, ist bei Rechnungskorrekturen. Das heißt, ihr schickt eine Rechnung raus, Rechnungsnummer 1. Dann kriegt ihr eine Rückmeldung, ist irgendwas falsch. Oder es wird noch was nachgebucht. Oder kannst du das noch anpassen. Und ihr geht in eure Software rein und sagt, na, korrigiere ich. Bearbeitet die Rechnung. Habt ihr eine zweite Rechnungsnummer 1. Und verschickt die nochmal. Dann habt ihr zwei unterschiedliche Rechnungen im Umlauf. Die beide die Rechnungsnummer 1 haben. Und das ist ganz ungünstig. Weil dann weiß man nicht mehr, was die richtige, was die falsche. Ganz, ganz böse. Also wirklich ganz doof. Deswegen, wenn ihr Rechnungen korrigiert, seid wirklich... Ja, ihr müsst starkköpfig einem Prozess folgen. Und zwar, wenn ihr eine Rechnung schreibt und da ist irgendetwas falsch, egal was, macht ihr als nächstes mit einer neuen Rechnungsnummer eine Storno-Rechnung. Und zwar eine Rechnung, die genauso aussieht wie die erste falsche. Also eine Rechnungsnummer 2, die genauso aussieht wie die Rechnungsnummer 1. Und das sind die Positionen, die ihr aufführt, nochmal aufgeführt. Und zwar mit Minuszeichen. Das heißt, eine Rechnung, eine Storno-Rechnung, die genau quasi die erste Rechnung wieder aufhebt. Quasi auf 0 setzt. Aber das hat eine eigene Rechnungsnummer. Und dann habt ihr das Ganze quasi neutralisiert. Und dann stellt ihr eine neue Rechnung mit der Rechnungsnummer 3. Und die ist dann hoffentlich richtig. Weil wenn die falsch ist, braucht ihr eine Rechnungsnummer 4, die wieder die 3 korrigiert und so weiter. Aber wirklich, wirklich starrköpfig neue Rechnungsnummern vergeben mit fortlaufenden Nummern. Weil dann habt ihr nicht das Problem, dass da irgendwo Rechnungen rumfliegen, die unterschiedliche Beträge haben. Weil da wird das Finanzamt tatsächlich skeptisch, wenn sie plötzlich mehrere Rechnungen mit der gleichen Rechnungsnummer finden. Weil das sieht so aus, als wenn, hm, wer weiß, vielleicht macht er das ja systematisch. Vielleicht schreibt er ja immer nur einen Teil des eigentlichen Rechnungsbetrages irgendwie auf die Rechnung. Und das zweite wird bar unter dem Tisch bezahlt. Keine Ahnung. Aber so als Finanzamt könnte ich mir jetzt denken, so, hm, warum ist das eigentlich so? Steckt das System dahinter? Und dann kriegt ihr natürlich Probleme. Das darf nicht passieren. Und deswegen wirklich absolut starrköpfig, Storn und Rechnung, richtige Rechnung. Das wird ganz häufig anders gemacht. Sollte nicht anders gemacht werden. Ist jetzt auch, also es ist jetzt kein Riesenweltuntergang. Aber es sollte generell nicht so häufig vorkommen, dass ihr falsche Rechnungen schreibt. Natürlich, wenn ihr die falsche Rechnung, also die Rechnung Nummer 1, noch gar nicht in den Umlauf gebracht habt. Also wenn ihr irgendwo im Rechnungsprogramm irgendwas geschrieben habt, das noch nicht ausgedruckt, noch nicht exportiert und nicht an die Kunden geschickt habt. Ja, dann könnt ihr es einfach bearbeiten und dann schickt ihr es nochmal raus. Wichtig ist nur, weil das dürft ihr nicht vergessen, auch eure Kunden haben irgendwann mal eine Betriebsprüfung. Und wenn da zwei unterschiedliche Rechnungen im Umlauf sind, dann ist das gleich so eine richtige Alarmglocke, mal bei euch genauer vorbeizuschauen. CO schreibt, ich war jetzt etwas off-topic, aber wie kann ich eine Rechnung mehreren Zahlungseingängen, beispielsweise Ratenzahlungen in Kontos zuweisen? Ich würde, also ernsthaft würde ich machen, ich würde halt die Rechnung einfach an jede Transaktion packen. Also einmal für dich, also ich weiß nicht mal, ob du die Buchhaltung machst oder wir die Buchhaltung für dich machen. Aber wir kommen damit klar und du solltest damit eigentlich auch klar kommen. Also wenn du eine 3.000 Euro Rechnung hast, du hast drei Geldeingänge mit jeweils 1.000 Euro, dann lad halt einfach an jede Zahlung die gleiche Rechnung ran. Dann ist richtig, dann. CO schreibt, ihr macht die, ja gut, genau, dann lade idealerweise und da würden meine Buchhaltungskollegen sehr glücklich sein, wenn du die gleiche Rechnung einfach an alle ranhängst. Und wenn da einer fragt und damit nicht klarkommt, dann komm zu mir und sag mir den Namen, dann rede ich mit den Kollegen. Ein Scherz, aber eigentlich sollten wir damit locker dann klarkommen. Jonas schreibt, mal angenommen, ein Beleg in meiner Buchhaltung ist falsch und das Finanzamt hat ein Problem damit. Kann ich dann nicht das Problem ausbügeln, zum Beispiel Umsatzsteuer-ID hinzufügen und das Problem ist aus der Welt? Ja, theoretisch ja. Das Problem ist, dass jede Rechnung mindestens zweimal in der Welt ist und zwar einmal bei dir und deinem Kunden. Klar kann man Probleme ausbügeln, ganz klar, hundertprozentig, easy, kann man machen, aber der Kunde sollte auch eine richtige Rechnung haben. Und also das ist tatsächlich, also so passieren Betriebsprüfungen, dass ein Kunde von euch geprüft wird, die sehen, oh, du stellst konsequent falsche Rechnungen und dann kommt irgendwie die Info innerhalb der Finanzämter und dann stehen sie bei dir auf der Matte. Passiert so. Maria schreibt, müssen Rabatte auf Rechnungen stehen? Ja, also würde ich machen, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was exakt du meinst, im Gesetz steht irgendwas wie, das suche ich jetzt nicht raus, steht sowas wie vorher vereinbarte Entgeltminderungen und so weiter, das ist für mich Rabatte. Oder sowas wie Skonto, also so dieses, wenn jemand ganz schnell bezahlt innerhalb von einer Woche, dann zahlt er zwei Prozent weniger, würde ich alles auf diese Rechnung schreiben. Und es gibt natürlich auch Rechnungen, also wenn ich jetzt bei Zalando Amazon was kaufe und da von vornherein auch im Shop schon Rabatt ist, dann kriege ich im Zweifel halt den, also dann ist halt auch der Rechnungsbetrag eventuell schon darauf reduziert. Und dann steht halt, keine Ahnung, Preis 1.000 Euro minus Freundschaftspreis minus 2, 20 Prozent sind es 800 Euro und dann wird das Ganze weitergerechnet. Das sollte draufstehen, was nicht geht ist, dass du über 1.000 Euro eine Rechnung verschickst und dann kommen nur 800 Euro. Woher soll man denn in acht Jahren in der Betriebsprüfung noch wissen, was mit den restlichen 200 Euro passiert ist? Und das sollte halt schon draufstehen. Das muss nachvollziehbar sein. Elli schreibt, wie kann ich meine Paypal-Zahlung mit Kontist verbinden und Zahlungseingänge? Die kannst du also in den Paypal-Einstellungen kannst du ja machen, dass das Geld einfach dann ausgezahlt wird. Also du kannst das jetzt nicht integrieren, deswegen Zahlungseingänge, du kannst es in den Paypal-Einstellungen ja machen, dass es einfach ausgezahlt wird. Das wäre mein dringender Appell an dich, das so zu machen und auch nicht gebündelt, sondern jeder Geldeingang über Paypal soll direkt auf das Kontist-Konto gehen. Ja, sonst ist das ein riesengroßes Durcheinander, weil du hast ja auch Paypal-Gebühren und so weiter. Das ist sowieso immer schon buchhalterisch ein bisschen so ein kleiner Horror. Daniel schreibt, bei eingehenden Rechnungen aus dem Ausland fehlt häufig der Leistungszeitraum, zum Beispiel TikTok-Ads oder Freelancer. Was tun? Das kommt ein wenig drauf an. Ist nicht so schlimm, weil da ja keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist und du deswegen sowieso keinen Vorsteuerabzug hast. Das ist so die platte Antwort. Du hast bei falschen Rechnungen ja vor allem dann immer das Problem, dass du keinen Vorsteuerabzug hast. Aber ganz viele Rechnungen, die du irgendwo aus der Welt bekommst, steht ja gar keine Umsatzsteuer drauf, die du Geld machen könntest. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob die Rechnung richtig oder falsch ist. Bert schreibt, er aus dem Drittland, die nicht Reverse-Charge-Verfahren-konform ist, enthält Umsatzsteuer. Wie kann ich denn trotzdem buchen? Betriebsausgabe ohne Vorsteuerabzug. Kniffelig. Er. Was heißt er? Aus Drittland. Ach, oh. Wahrscheinlich RE, Rechnung, ne? Rechnung aus Drittland ist nicht Reverse-Charge-Verfahren-konform und erhält Umsatzsteuer. Ja, das sowieso, genau. Das ist ein Reverse-Charge-Verfahren mit Umsatzsteuer. Geht nicht. Wie kann ich diese trotzdem buchen? Betriebsausgaben ohne Vorsteuerabzug. Kniffelig. Ja, genau. Das ist so ein ganz häufiges Problem. Das kann man nicht richtig machen. Also idealerweise redest du mit dem Dienstleister oder dem Tool und verlangst eine richtige Rechnung. Ich weiß, das ist, also das ist die theoretische Antwort. Hol dir eine richtige Rechnung. Rein praktisch weiß ich, schwierig. Das Richtigste, was du machen kannst, ist, du buchst es als Betriebsausgabe ohne Umsatzsteuer. Das ist rein in der Praxis das, was am wenigsten Probleme verursacht und wo du kein großes Drama bekommst. Richtiger wäre, du holst dir eine richtige Rechnung. Ist nicht schön. Hast du hundertprozentig recht, ist kniffelig, ist auch nicht 100% richtig, weil 100% richtig wäre, du wartest auf die richtige Rechnung. Ich weiß aber, dass es in der Praxis so semi-erfolgsversprechend häufig ist. Peggys Kreativecke schreibt, wie verbucht man eine Rechnung, bei der man weniger zahlt, als der Rechnungsbetrag angibt, weil man Provision abgezogen bekommt, welche als Einkommen zählt. Wenn was verrechnet wird bei Zahlungen, buchst du alles einzeln, quasi. Ganz simples Beispiel. Du bekommst eine Rechnung, 1000 Euro, du hast aber irgendwelche Provisionen, 200 Euro, was wird miteinander verrechnet und du überweist nochmal 800 Euro. Dann buchst du drei Dinge und zwar einmal deine Kosten, deine Provision einzeln, das muss auch separat wirklich als Umsatz gebucht werden. Du kannst nicht einfach 800 Euro buchen und dann das andere machen und die Zahlung. Und das drei verknüpfst du dir. Das sollte hoffentlich in dem Rechnungsprogramm, in dem Buchhaltungsprogramm, mit dem du arbeitest, gehen, dass du das miteinander verrechnest. Ansonsten, wenn das nicht geht, buchst du die Provisionsabrechnung, also 200 Euro, die Rechnung, 1000 Euro und musst diese Zahlung aufteilen. Und zwar dann buchst du so, als wenn du einmal 1000 Euro gezahlt hättest und 200 Euro bekommen hast, bist du im Summe auch bei 800 Euro Kontostand stimmt. Alles fein. Das wären die Möglichkeiten. Bade nicht so viel. Gut, guter Name. Ich vermiete Equipment und habe viele Privatkunden. Bin ich verpflichtet, diesen eine Rechnung zukommen zu lassen, auch wenn diese keine wünschen oder reicht die Erfassung in der EÜR? Nein, du musst keine Rechnung schreiben. Musst du nicht. Vor allen Dingen, wenn sie es nicht wollen. Belästige sie bitte nicht mit Rechnungen. Nein, musst du tatsächlich nicht. Lass es. Du musst Geschäftskundenrechnungen ausstellen. Selbst wenn die das nicht wollen, auch wenn deine Geschäftskunden, warum auch immer sie keine Rechnung haben wollen, dann mach das nicht. Privatkunden musst du es sowieso nicht machen. Also du für deine Buchhaltung solltest das machen. Melanie Kaiser schreibt, kann ich das Reverse-Charge-Verfahren auch nutzen für Rechnungen, die ich bekommen habe, bevor ich meine Umsatzsteuer-ID hatte? Eigentlich geht das nicht, weil Reverse-Charge-Verfahren beinhaltet, ja, du bekommst eine Rechnung ohne Umsatzsteuer, auf der auch deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer steht. Und wenn du die noch nicht hattest, frage ich mich, wie konnte dein Dienstleister sie aber schon haben? Also du brauchst auch eine Reverse-Charge-Rechnung, bevor du es verwenden kannst. Was schon geht, ist natürlich, dass wenn du die Nummer bekommst und du hast vor zwei Monaten eine Rechnung bekommen und dann redest du mit dem und dann wird die Rechnung korrigiert. Das geht schon, aber eine Reverse-Charge-Rechnung, auch die du bekommst, erhält zwingendermaßen deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Wie vermerkt man Paypal-Gebühren in Rechnungen? Elli, falls du eben zugehört hast, ich hoffe es, wo ich über die Provisionsabrechnung und die Rechnung gesprochen habe, genau so. Das heißt, du hast 100 Euro Auszahlung von Paypal, also 100 Euro über Paypal eingenommen, dir wird aber nur 90 Euro ausgezahlt, dann musst du alles getrennt buchen. Dann musst du 100 Euro rein, 10 Euro Kosten von Paypal buchen und dann musst du halt alles einzeln buchen. In Summe sind es ja dann auch 90 Euro, aber du darfst, es gibt quasi in der Buchhaltung ein Prinzip, das heißt Verrechnungsverbot. Du darfst das nicht einfach verrechnen oder einfach den Nettobetrag buchen, du musst tatsächlich die ganzen Beträge buchen und dann halt miteinander verrechnen. Ist man mit unserem Rechnungstool immer auf der sicheren Seite? Ich würde mal sagen, ja fast, aber man kann auch mit einem professionellen Tool immer Fehler bauen. Nein, also du musst unbedingt trotzdem einmal checken, ob deine Rechnungen in Richtung sind. Natürlich ist generell nicht nur unseres, jedes Rechnungstool der Welt, Zervant, Safdesk, LexOffice und so weiter, hilft natürlich, weil diese ganzen Felder dich einfach auch so ein bisschen dahin leiten, alles anzugeben. Aber man kann auch Fehler machen, wenn man ein Tool nutzt. Oder um es anders zu sagen, man kann auch mit Stützrädern hinfallen. Ich weiß, wovon ich spreche. Elli schreibt, ist das genau Paypal gebühren? Wie viel merkt man Paypal in Rechnung? Das habe ich, glaube ich, schon gesagt, beantwortet. Und wie verbuche ich Zahlung und US-Dollar, Währungsumrechnung und dazugehörige Gebühren? Genau das Gleiche wie vorhin auch. Du hast einen Rechnungsbetrag über die ganze Summe, den buchst du ein, dann hast du eine Zahlung, dann gibt es eine Differenz. Und diese Differenz, entweder im positiven oder negativen Sinne, buchst du wie eine Art Gebühr, eine Art Provision. In dem Fall Differenzerträge aus Währungsumrechnung oder Aufwendungen aus Währungsdifferenzen. Das Feld müsste es eigentlich in jedem professionellen Buchhaltungsprogramm geben. Wenn du nur eine EWR machst, dann reicht auch sonstige Kosten oder Finanzkosten. Keine Ahnung, gibt es bestimmt irgendwie so ein Ding, was richtig ist. Aber genau diese Differenz, die buchst du denn nochmal als Ertrag oder als Aufwand. Und jetzt sehe ich gerade, wir sind ein aktiver Livestream seit 111 Minuten. Und ich würde so sagen, ich bin kein Kölner, wir sind aber, glaube ich, irgendwas wie Karneval ist die Woche. Ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze. Es ist 11.11., jetzt müssen wir eigentlich noch 1000 Minuten weiter streamen, um 11.11. zu haben. Machen wir nicht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert es gerne unter irgendwelchen Videos, die wir live sind. Ich versuche das regelmäßig zu machen. Abonniert den Kanal gerne. Wenn ihr einen Steuerberater braucht, guckt mal vorbei, wie wir euch eventuell weiterhelfen können. Da ist, glaube ich, eben der erste Link in der Videobeschreibung für zu unserer Landingpage. Und ansonsten, genau, schönes Leben, feiert schön, bleibt gesund und so weiter. Ciao, ciao!